Musik Vor langer, langer Zeit lebte im Königreich Gellomir ein Zauberer namens Zarok. Dieser arrogante, herzlose Mann hasste seine Mitbürger und ihr einfaches, friedvolles Leben. Und so beschwor er eine Dämonenarmee, um das ganze Reich für sich zu erobern. Der beste Krieger des Königs, Sir Daniel Fortescue, führte die Streitkräfte in der Schlacht gegen die unheiligen Horden an. Noch heute erzählen Lieder von seinem mutigen Ansturm, wie die Dämonenscharen vor ihm fielen wie Fliegen und wie er trotz tödlicher Verletzungen den Zauberer mit allerletzter Kraft vernichtete. An diesen Tagen ging Fortescue als Held von Gellomir in die Geschichte ein. Und eine Zeit des Friedens begann, die 100 Jahre andauerte. Doch der Zauberer kehrte zurück. Der Zauberer kehrte zurück. Der Zauberer kehrte zurück. Ah. 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 Nix passiert. Ah. 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 Warum kriegst du das Kind eine Ageste und immer doch nur eine Bratweine? Oh, jetzt keine Händchen! So, und damit herzlich willkommen, wird dann wieder bei einer neuen Reihe angezockt und diesmal probieren wir Medieval raus, ist jetzt, lass mich raten, ist keiner 25 rausgekommen, also ganz frisch noch, wir gucken uns einfach mal eine halbe Stunde mal anzocken und da bin ich sehr gespannt, Und wenn das veröffentlicht wird, das habe ich schon früher gespielt auf der PS2, glaube, und mochte es damals schon, obwohl ich nicht so der Typ für solche Games bin, finde ich es mega. Ich mag den Charme, den Humor und die Darstellung natürlich. Genau, neues Spiel oder Optionen, wir gehen in die Option mal kurz rein, ich muss nämlich gerade die Lautstärke ein bisschen niedriger machen, sonst wird er wirklich richtig. So, und dann werden wir das hier gleich eine halbe Stunde probieren, Vibration ist klar, Ich würde sagen, los geht's! Ich würde sagen, los geht's! Oh! Oh! Die arme Sau! er hat jetzt mächtig kopfschmerzen denn skripte raus aus dem fehler denn ihr habt anscheinend eine zweite chance für diese ganzen helden sachen bekommen versucht normal okay also das sind die hauptfigur wer es nicht kennt er ist auferstanden der held von gerne mehr der in der ersten runde auf die nase im nebel der geschichte wurde der verlierer zum großen retter erhoben aber wir kennen die wahrheit nein leugt nicht okay das schicksal hat ihm eine zweite chance gegeben eine chance die schmach zu vergessen zu besiegen und der legende gerecht zu werden wir wünschen dann ist ein helm nimmt ein helm mit hätte man auch am anfang mit dem können so jetzt darf ich starten ich nehme mir erst mal ein helm mit mit denen rede ich nicht die sind sehr unhöflich so würde mich hier gleich hinten psn stores für immer sehr geil okay einfach drüber laufen und da haben wir alles aber ein bisschen hatte gelegen so auf geht es ja kommt und ich kann überspringen ok also das ist die sagen dasselbe hier war doch noch ein buch gar ihr müsst aus der form sein aber volle kann ja ich hab voll rücken herumliegen benutzt die krypter um eure zweite chance in angriff zu nehmen ja komm hier ist angeblich war alle gefundenen schätze erhöhen euer gesamtvermögen mit den münzen könnt ihr objekte von den gierigen gargoyle händlern kaufen ich denke ich werde auch die komplett durchspielen die demo wenn ihr die krypter verlassen möchtet findet ihr am ende der halle einen ausgang zum öffnen der tore müsst ihr einen runenstein finden und ihn in die kunstvolle hand neben dem tor legen habe ich verstanden in ganz gerne findet ihr lebensflaschen sie enthalten dieselbe magie die euch aus eurem schlummer weckte und holen euch erneut von den toten zurück ist eure gesundheit niedrig nutzt eine flasche um euch linderung zu verschaffen und füllt sie auf wann immer ihr könnt irgendwo klar so kurze reichbar die gleichweil muss hier nur kurz beantworten so auf geht's so verstanden hier lebensflasche wichtig das teil für die hand brauchen wir okay dann gucken wir uns warum wuffdürcher manche waffen haben außergewöhnliche kräfte und fähigkeiten probiert sie alle aus um die sekundären fähigkeiten kennenzulernen manche werden sofort ausgeführt andere müssen für ihr volles potenzial ja okay habe ich verstanden das sternen ohne achten ich glaube das ist die die wir brauchen springen kupferschild gefunden ja mega schwert gefunden doppelt mega auf euren reisen durch gerne mehr werdet ihr viele objekte sammeln öffnet euer inventar um sie anzusehen oder zu verwenden dort findet ihr auch das gerne mehr buch in dem alt okay also hier drücken er verdreht sogar den kopf hier wo ich sage wow okay also wir haben hier auf jeden fall das schwert ein kleines schwert wurfmesser auslösen okay alles buch daher macht hier schon alles klar gut verstanden super kann es losgehen schöne stadt ich fand das früher schon genial ich finde es so mega dass man das wieder auferlegt hat alles spielt das ist mal es macht einfach spaß so jetzt mal buch ich will kämpfen spure auf seiner teuflischen odyssee durch gallo ich unterbreche die maß ich bin da mal unhöflich so wir sind auf dem friedhof okay ich kann nur in die eine richtung das ist die krippe die krippe und ich kann dort lang alles ganz gut habe ich verstanden auf geht's der friedhof warum ist es jetzt auf englisch take your first steps as a hero ja ist klar hallo zombies um dann geht deine ersten schritte der mason cranky platte das wog up wog up of trauma sonst gut kamera drehen ist nicht wo hier ist ein eiskaltes händchen ist mein noch mehr eiskaltes händchen das sammeln wir erstmal geht es immer gut hallöchen wie kämpfe ich wie kämpfe ich scheiße gut mann 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 das sah jetzt nicht so gut aus ok also ich kann ran so dass das schild er eins ist schild komplett verlaufen das ist schlagen springt vier geschlagen kreis ist die tolle geschichte ok dreieckes wechselnde waffen kommen zurück in kreis spezial angriff und vier eck normal die stinkenden toten ja ja komm kamera ist verkehrt herum und herr ihr schweine haue ich um und er hat selber sein leben dran genommen das finde ich gut so mein schild nutzt sich ab was soll das das kleine licht das euch folgt ja ist ein irrelicht die helden der halle sollen sich nicht in das leben der sterblichen einmischen aber als sie hörten dass er eine zweite chance erhält ok also ich finde es durfte die kamera so die befähigte das war ja mal komplett nix jetzt habe ich verstanden ich muss ja glaube erst mal die kamera richtig machen das nervt mich jetzt geht das so wie ich das gerne hätte so weiter geht ja komm her war hier bräuchte chaos ohne habe ich noch nicht hier so was ich 20 jahre jünger so muss es laufen muss man jungen wohnen ach du bist die chaos ohne so hier ist noch ein buch hey das ist buch nehmen manchmal kann es nützlich sein die welt aus einer anderen perspektive zu betrachten nehmt euch die wehren schon cool gemacht also wie gesagt remastered version also komplett neu aufgelegt und rennt jungen bund geht nicht dass man gute spiele wieder auferlegt aber 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 der schweine ich bin im jungen brunnen ihr könnt mich nicht mehr nix zu rum ja ich bin klüger als sie ja ich habe eine gehörnzelle mehr als sie ja nämlich gar keine ein buch der blick eines engels bringt alles ans licht das heißt weil ich hätte ich gemacht ist der engel hallöchen das steht hier dieses objekt hier ist der kelch mit jedem erledigten gegner der eine seele besitzt füllt sich der kelch ein wenig füllen und sammelt ihn dann ein dann sei okay habe ich verstanden kann man auf macht das ding auf ja mobbing auf höchstem niveau wo muss ich hin ja klar können wir nicht lang die welt der lebenden liegt jenseits dieser schädel okay verstanden weiter geht wer mein schwert ist länger als deine hand ich töte dich oder auch nicht okay äh ja oh bist du zack kopf kürzer jetzt kann ich meine helme einsamen warum komme ich nicht da hoch ich bin zu klein ich bin zu klein für geht nicht ich würde komplett den überblick verloren ja das war so nicht abgestimmt verbrauchsobjekte ja ich hätte gerne neue deutsche danke 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 so so komme ich jetzt darüber da bespungen kann er nicht so zu blöd für shit na gut gleich von der anderen seite ich folge mal hier dem eiskalten hin händchen bin ich eigentlich schon wieder fast tot soll das denn der hält ja nichts aus wenn du komm doch ein jungen wohnen muss ich rein stellen zwei stunden später wir sind dann auch mal fertig so 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 werde ich nicht ein schwert für eine bessere waffe ein neues schild land strom ich etwas im flachen wasser herum aber wagt lieber keinen schwimmversuch okay das habe ich verstanden so erst mal neues schild sehr gut dann gehe ich da noch nicht hin oder mir erst mal meine waffe ich würde gerne meine kamera drehen ist das denn möglich würde ich erst mal eine andere waffe ich wollte den typen der angreifer engel was der blöde engel die tür hier geofür und komme ich da nicht rein hier machen wir weiß wo die hier war eine klassische sagt er macht das ding auf der quill daran dieses objekt hier ist der kelch betrug auch noch nicht mein kleines anstatt hier den den jetzt fertig machen oder wie und hierher geguckt ich komme da immer noch nicht hoch na gut heute fall versuchte ich gehe da jetzt voll rein hier auch wenn ich keine waffe gehe vielen dank fürs spielen das war es schade 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 das ist schon gewesen wir dürfen frito vorbereiten oder in der krippe da ich hätte jetzt gedacht dass es mehr aber gut das war die die kurzversion der demo familie will ich hoffe ihr hatte trotzdem spaß wir sehen uns dann vielleicht sogar in mit mir die ich freue mich drauf bis dahin zunächst zur nächsten demo oder zu anderen das place ihr wisst schon macht's gut ich Untertitelung des ZDF, 2020